Herzlich Willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen mit Ereso. Ich bin Ereso und sie gerade zum ersten Mal Beförderung werden hier unten ja angezeigt. Das ist praktisch. So, das ist unser Neuling, den wir beim letzten Mal gerettet haben. Medi-Protokoll, Übernahmeprotokoll, Sanitäter. Oh, und der nächste Rang ist ja auch noch dabei. Den hatten wir, glaube ich, bei keinem, den wir selbst hochgezüchtet haben. Befahreneinschätzung, Hilfsprotokoll gewährt dem Ziel jetzt einen Deckungsfeuerschutzschuss. Aber die Abklingzeit des Hilfsprotokolls ist um eins erhöht. Und Deckungsfeuerschutzschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden, nicht nur bei Bewegung. Würde natürlich bedeuten, dass man zum Teil auf Leute schießt, die in voller Deckung sind. Hm. Bei Auslösung durch eine feindliche Aktion wird Deckungsfeuer noch vor Abschluss der feindlichen Aktion durchgeführt. Das heißt, wenn sie versuchen zu schießen, aber erledigt werden vorher, dann schießen sie nicht, ne? Das ist ja praktisch. Wenn ein Schaussschütze das Ziel der Gefahreneinschätzung ist, macht er seinen Deckungsfeuerschuss mit der Pistole, nicht mit dem Präzisionsgewehr. Ich bin von beiden nicht wirklich überzeugt. Ich denke, wir nehmen Gefahreneinschätzung. Ich benutze sowieso das Hilfsprotokoll viel zu selten, also... So. Gut, dann schauen wir mal, was wir heute so machen können. Da gibt's einen Wissenschaftler. Liriumkristalle und Legierung. Die Ältesten beachten mich auf die Wege gar nicht mehr. Wir verstehen uns nicht mehr so gut, seit sie herausgefunden haben, dass ich in meiner Freizeit einige ihrer Haustiere gejagt habe. Es ist heutzutage wirklich schwer, eine Herausforderung zu finden. Da dachte ich, ich lasse mir etwas Neues einfallen. Ich schätze das Ergebnis, hätte ich nicht vorhersagen können. Aber es ist faszinierend. Anscheinend wollen die Ältesten doch unser Bestes. Die wollen nicht, dass der Jäger uns jagt. Diese Schildträger sind den anderen Advent-Einheiten gar nicht so unähnlich. Ihre Rüstungen sind vielleicht das größte Unterscheidungsmerkmal. Also ich meine, der wird mit Haustieren nicht nur uns meinen, aber eben auch uns wahrscheinlich. Advent Schildträger Autopsie, Codename, Kanon. Wie immer haben unsere Truppen dieser Einheit ihren Namen verliehen. Er lautet derzeit Schildträger. Erste Informationen deuten darauf hin, dass sie taktisch auf einer Ebene mit den anderen humanoiden Advent-Feindeinheiten liegt. Und über keine besonderen mentalen oder körperlichen Vorteile gegenüber den Offizieren und anderen Einheiten verfügt. Der Hauptunterschied scheint in der Rüstung zu liegen, die mit mehreren Schichten eines Verbundmaterials verstärkt wurde. Von dem ich nur annehmen kann, dass es aus einer Variation der Eienlegierung hergestellt wurde. Die metallurgische und strukturelle Analyse überlasse ich Shen und ihrem Team. Sie findet sicher eine Möglichkeit, ihre Ergebnisse in verschiedenen eigenen experimentellen Rüstungsprozüten zu integrieren. Neues Testbereichsprojekt verfügbar. Experimentelle Rüstung. Experimentelle Rüstung. Unsere Autopsie des Advent Schildträgers hat uns einige Ideen für neue Westenentwürfe geliefert, die Unterverwendung von geborgenen Illyrium-Kernen, die Überlebenschancen unserer Zertaten dramatisch steigern könnten. Gut. Die experimentellen Rüstungen sind glaube ich wieder was, das man unter der normalen Rüstung trägt, bin ich ganz sicher. Ähm... Die ganzen Autopsien... Naja. Advent Meg. Das könnte eventuell schöne Dinge haben. Moment. Äh, diese mechanisierte Einheiten haben eine vertraute humanoide Form, aber wir haben keinerlei Hinweise auf einen Piloten oder ein biologisches Steuersystem gefunden. Ich hoffe, dass ich einige ihrer Fortschritte für unsere eigenen Waffen- und Robotersysteme nutzen kann, nachdem wir sie auseinandergenommen haben. Eventuell verbessern wir damit unsere Gremlins, deswegen... Advent entwickelten Roboter scheinen völlig autark zu agieren und festgelegte Ziele selbstständig anvisieren und angreifen zu können, ohne dabei auf externe Verifikation angewiesen zu sein. Und obgleich die erste Demontage meine Aufgabe sein wird, plane ich fest damit, Shen in diesen Prozess zu involvieren, denn ihre Kenntnisse der Robotik übersteigen meine bei Weitem. Ja, warum ist er überhaupt derjenige, der das zuerst macht? Einfach nur, weil sie sich keine weitere Animation dar... aufbürden wollten. Unsere Leute haben überlebt, Commander, aber der Hinterhalt durch die Armee der Ältesten hat unsere Chancen für den heutigen Tag zerschlagen. Oh oh, die Soldaten, die wir bei einer verdeckten Aktion einsetzen, wurden von Advin-Tropen überfallen. Eine Notfallevakuierung wird benötigt. Der Hexer, Dai-Mai-Masha, Sinnmörder. Ihre Täuschungsversuche sind gescheitert. Und diese Niederlage wird schmerzlich. Drei Advin-Mex. Okay, das ist problematisch. Notfallevakuierung der verdeckten X-Komm-Soldaten. Unsere Soldaten wurden bei einer verdeckten Aktion überfallen. Eine sofortige Evakuierung per Skyranger wird benötigt. Die Advin-Mex und die Verlorenen. Die Verlorenen wären nicht so das Problem. Die Mechs sind's. Ich bezweifle, dass ich da einen Grenadier hingeschickt hab. Das heißt, wir müssen versuchen, durchzurennen. Keine Kämpfe. Wir werden was verhindern können. Also vermeiden, nicht verhindern. Ja, eine einzelne Person. Oh, das ist mein Scharmützler. Das ist gut. Sie haben keine Zeit mehr. Verlassen Sie die Deckung und begeben Sie sich so schnell wie möglich zum Evakuierungspunkt. Arbeite dran. Wir gehen erst einmal hier hin. Hier sehen wir nichts Böses. Dann gehen wir hier hin. Wir heben uns den Kletterhaken auf für den Fall, dass wir Leute sehen. Und wir gehen nach oben. Schnell, 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 schnell. Wie gesagt, kein Kampf. Die Geräusche unseres Feindes. Bin ich sicher, ob da jetzt sind nur die Mechs kommen, oder? Ähm. Edwin. Was macht mir da für einen Unsinn? Wie gehen wir davon aus, dass dort jemand ist und wir diese Person nennen nicht gesehen haben? Ich sehe jene, die noch den Ältesten dienen. Hallo. Peitschenhieb. Ah, Moment. Das ist gut gegen... Hier. Doppelter Schaden gegen robotische Einheiten. Bam. Einmal pro, äh, Dings da nur. Das heißt... Äh, ja, Feuerschutz. Ich erwarte Sie. Ich will jetzt nicht vorstoßen und noch jemanden aufdecken, oder? Das wäre ungünstig. Und wieder Vorherschutz. Okay, wie weit müssen wir noch? Sehr weit. Okay, dahin können wir, ohne dass unsere gesamte Aktion verbraucht wird. Habe ich zuerst nicht gesehen. Okay, und hier drin wird niemand sein. Die verlorenen Staaten, meiner Erfahrung nach, nie hier oben. Im besten Falle kämpfen die natürlich gegen die Mechs dann erst einmal. Okay, das ist ein Problem. Oh Gott. Ähm. Wie ist denn der da hingekommen? Ich weiß auf jeden Fall, wie ich da hinkomme. Ha. Tschüss, Leute. Okay, wir sind fast in Sicherheit. Ich denke, wenn ich... Obwohl der Weg hier hinten ist natürlich schwierig. Das Problem ist, wenn die jetzt hier hinten auftauchen, können sie natürlich mir in den Rücken schießen. Und das will ich gar nicht. Aber, Moment mal. Wenn ich hier hingehe, hätte ich eine volle Deckung nach hinten. Hm. Tja, das ging doch gut. Mache mich schnell auf den Weg. Tschüss, Leute. Die Marionetten der Ältesten kommen. Was? Der kommt zu spät. Die Marionetten der Ältesten kommen zu spät. Einsatz beendet. Da haben sie wichtige Satzteile vergessen zu sagen. Das einzusprechen. Alle Mitglieder von Rave 1 wurden erfolgreich evakuiert. Getötete Feinde 1. Ja, Wertung makellos. Das zweite Mal hintereinander. Also, ich bin zufrieden mit der Mission. War jetzt eventuell nicht die Spannendste. Das ist der erste Mal. Über unseren heutigen Sieg wird meine Krieger stolz machen. Ja. Doom war da. Hat es, äh... Hat einen Schicksalsschlag für einen der Mechs gebracht und ist weg. Alles perfekt. Also, die Palte gefällt mir. Mobilität um 1 gestiegen. Sehr gut. Brauche auch, wenn sowas passiert. Und wir haben unseren Templer bekommen. Ein Lieutenant direkt. Wir glauben an sie, Commander. Und ein Templerkrieger wird ihrem Ruf folgen. Commander, nach dem Anblick ihrer Truppen im Einsatz, will sich ein Templer-Champion ihrer Mannschaft anschließen, um der Sache besser dienen zu können. Vielleicht erwischen wir die Ältesten auf dem falschen Fuß, wenn wir unsere Taktik ändern und mal was Neues versuchen. Was Neues. Na gut. Wir versuchen mal, Schlüsse zu kriegen. Wir fordern allmählich die Details zu Tage und wissen nur, wo da El Madon sich die Wunden leckt. Wir müssen nur noch herausfinden, wie wir in diese Einrichtung hinein gelangen. Diese Operation ist riskant. Aber wenn wir das durchziehen, kann sich dieses Ding nirgends mehr verstecken. Ich betraue nur meine besten Leute mit dieser Aufgabe. Ich schlage vor, dass sie das auch tun. Gut gemacht. Snackers, du bist dran. Und ja, hier müssen wir noch jemanden reinschicken. Unsere besten Leute. Hier. Kimmel Willems. Hat großes Potenzial. Ein Schnitter noch, um das Risiko zu mindern, also zu entfernen, dass jemand verwundet wird. Das brauchen wir nicht. Kameradschaft Form. Zusammenhalt erreicht die nächste Stufe. Äh, ja. Das wollen wir jetzt aber ja gar nicht. So, Snake Guys. Und... Was hatten wir gesagt? Kamil Willems. Nicht Willem Hendricks. Ich hatte Willem im Kopf und hätte beinahe das Falsche angeklickt. So, viel Spaß. Wir erledigen das. Keine Sorge, Commander. Kann natürlich jetzt so bedeuten, dass der Major verwundet wird, aber... Das geht schon. So, Fotos ansehen. Nein. Wir wollen... Witch verbessern. So, Beförderung bitte. So, Beförderung bitte. Also, sie hat natürlich reißen, die Standardfähigkeit, parieren. Äh... Uns waren schon immer Monster. Von Anfang an war es ein gescheitertes Experiment nach dem anderen. Auch wenn sie es mit den Advent-Truppen verschleiern wollen, sind sie unter der Rüstung nicht anders. Und jetzt finden wir eine ganze Einrichtung, die sich mit unserer Vernichtung beschäftigt. Und nicht nur das. Sie verwandeln uns in eine Art Konzentrat, das sie für wer weiß was benutzen. Wir hätten wissen sollen, dass die Ältesten zurückkehren würden. Sie waren nie fort. Ja, weswegen das Zurückkehren wirklich sehr merkwürdig ist. Abprallen wird auf Fokusstufe 1 mit einer Chance von 30% aktiviert, die sich mit jeder weiteren Fokusstufe um 1 erhöht. Es können nur Fernangriffe auf 1 in der Abprallen. Naja, ich glaube, man kann Fokus bis 3 sammeln. Das heißt, man kommt auf eine 50% Chance, dass der Schuss hier abprallt, ne? Also wenn der Templer Fokus hat, besteht eine Chance, dass eingehende Schüsse abprallen und damit der Schaden komplett vermieden wird. Kanalisieren. Wenn ein Feind stirbt, lässt er vielleicht die Energie zurück, die der Templer aufsammeln kann, um seinen Fokus zu erhöhen. Auch nett. Sensenmann, ein brutaler Ketten-Nahkampfangriff. Der erste Schlag verfehlt nie. Jeder Kill mit Sensenmann verleiht eine zusätzliche Aktion. Jeder weitere Angriffversuch ursacht aber weniger Schaden. Ist an sich ziemlich cool. Gegen Verlorene zum Beispiel könnte das gut sein. Äh, die Säule, die als Deckung dient. Der Betäubungsangriff hat nur eine kleine Chance zu betäuben, ne? Betäubungsangriff hat eine Trefferchance von 65%, die pro Fokusstufe um 5% steigt. Betäubungsangriff erhält pro Fokusstufe eine Chance von 20% das Ziel zu desorientieren. Wendet nicht die Runde des Templers, hat jedoch eine Abklingzeit von 2 Runden. Überladung und Reißenangriff haben eine Chance von 33% Fokus zu erzeugen. Das machen wir mal. Dann parieren. Verhindern nach einem Angriff mit Reißen jeglichen Schaden, der hat das nächste Angriff, statt dich zu bewegen. Nachbeben. Von Volt getroffene Ziele sind einfacher zu treffen und erhöhen die Zielsicherheit eines Trupps gegen das Ziel um 15. Ist auch in Ordnung. Verstärken. Das hatte ich beim letzten Mal gewählt, aber ich denke, wir probieren es mal mit parieren. Wir wollen ja auch, dass er überlebt, ne? Dass sie überlebt, Entschuldigung. Dann nehmen wir noch Abprallen mit rein. Wir können noch Schattenschritt rein machen. Oder verstärken. 33%, sodass es 33% zusätzlichen Schaden durch eine bestimmte Zahl zukünftiger Einzelzieherangriffe nimmt. Verbraucht Fokus, aber irgendwie muss man den Fokus ja auch loswerden, ne? Kann man aber auch mit Volt machen. Vielleicht ist Schattenschritt besser, weil es ist ein Nahkämpfer, also gut, wir nehmen Schattenschritt. So, damit haben wir unsere Lieutenants, Lieutenatinnen. Mit einem Haufen Soldatenfähigkeiten. Da guckt sie sich selbst an. Aha, das sind also meine Werte. Mhm, mhm. Hier kann ich mich also individualisieren. Aha. Da ist der Commander. Mhm, mhm. Da steht die Flagge unserer Organisation. Interessant. So, genug rumgealbert. Ich bin krank, ich denke nicht klar, deswegen alber ich rum. Gut, äh, ich denke, die Folge ist jetzt ziemlich kurz gewesen, weil die Mission ziemlich kurz war. Untätiges Personal in der Krankenstation. Lieutenant Paul Roberts, Moment. Was hat denn Paul Roberts für negative Eigenschaften? Leider stehen die hier nicht alle mit drin, ne? Angst vor Zionik. Chance durch einen feindlichen zionischen Angriff in Panik zu geraten. Als wären die nicht schon schlimm genug. Gerade gegen Leute mit Zionik. Wollen wir gut dastehen. Ich hoffe, dass ich das im Notfall einfach abbrechen kann. Gut, dann scannen wir hier weiter. Sehr schön. Unsere Soldaten können nun zu Ziesoldaten ausgebildet werden. Neuer Personalplatz verfügbar. Bitte, Soldaten zu Ziesoldaten aus. Neuer Personalplatz verfügbar. Verkürzt die Ausbildungsdauer. Und Teresa Romero ist da. Also verfügbar. Habe ich viel zu spät gemacht. Verbesserung kaufen. Ah ja, stimmt. Man muss die gar nicht losschicken, sondern man verbessert die hier drin nochmal. Also in XCOM 2 mit der Erweiterung hat man auf jeden Fall einen Haufen Möglichkeiten, Leute hochzubringen, ohne sie tatsächlich auf Einsätze zu schicken. Wir haben einmal den Ring und dann das Ziellabor. Ich meine, okay, es sind nur zwei Dinge, aber trotzdem ist das wesentlich mehr als vorher. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt immer die Folge sind, wir bei 20 Minuten. Mal endlich. Und tätiges Personal Krankenstation. Wieso ist das? Ach so, Markus Müller macht gerade nichts, deswegen meinen sie. Okay. Das geht schon mal. Uppala, hier wollte ich doch gar nicht hin. Ah, dann können wir noch schnell das hier einsammeln. Eine erste Aufklärung des Gebiets deutete auch schwere Verluste auf beiden Seiten, sowie eine Reihe von Eienwracks hin, die während der Invasion zurückgelassen wurden. Mithilfe der Bordsensoren haben wir nach Bergungsgut gescannt und konnten wichtige Ausrüstung zum Vorantreiben unserer eigenen Projekte erbergen. 38 Eienlegierung, sehr gut. 37 Eleriumkristalle, auch gut. Kaputter Laster, Vorräte. Da kriegen wir einen Wissenschaftler. Und die Schnitter vor, Commander. Die sollen angeblich ja alles fressen. Vielleicht fallen sie sogar über sie her. Ah, unwahrscheinlich. Laster berechnet neuen Kurs. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Die essen ja nur ihre Feinde, ne? Gut, also. Das hier können wir dann beim nächsten Mal scannen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und mir fällt gerade ein, wir sind überhaupt nicht drauf eingegangen, dass wir den Hexer jetzt als Gegner freigeschaltet haben. Ja, den gucken wir uns auch in der nächsten Folge dann an. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl hinter das Kommentare und adios. Bis dahin, 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 bis Vielen Dank.